Togo Color, die Marke mit sozialem Engagement. Togo Color habe ich im Juli 2021 gegründet und arbeite momentan mit fünf DesignerInnen auf Togo. Die DesignerInnen sind interessiert an europäischer Mode und wollen, den afrikanischen Stoff aus europäischer Schnitt zu schneiden und beide Kulturen verbinden. Ein wichtiger Punkt bei Togo Color ist die Nackhaltigkeit. Die DesignerInnen gehen vom Schneider zu Schneider und sammeln die Stoffreste, die sonst weggeworfen werden und daraus werden einzigartige Kleidungsstücke hergestellt. Ich arbeite ganz eng mit meinen Partnern vor Ort zusammen. Togo Color hat sich vorgenommen, fünf Prozent von den Umsätzen in Togo auszugeben für Ausbildungsplätze für junge Leute, die kein Geld haben.